Guck, was ist jetzt? Ich bagge komplett. Ist komplett unfair. Guck mal, ich kann nichts machen. Und damit herzlich willkommen zu einer Folge E-Wolf Stage 2 mit mir und dem Arne. Und Leute. Mein Rücken käme schon wieder an meinem Stuhl fest. Ja, hier ist es sehr heiß und traurige Nachrichten. Für die, die es noch nicht wussten, am 3.9. wird E-Wolf abgeschaltet. E-Wolf Stage 2. Die Server werden abgeschaltet und man kann kein Online-Spiel mehr spielen. Das ist ziemlich scheiße. Wenn ihr dagegen was tun wollt, was wahrscheinlich eh nichts bringt, aber man kann es mal versuchen. Ich habe euch in die Beschreibung einen Link zu einer... wie heißt denn das? Könnt ihr auf jeden Fall dafür abstimmen, dass E-Wolf nicht geschlossen werden soll. Könnt ihr euch einfach anmelden, ist kostenlos. Da könnt ihr das einfach mal machen. Was haben wir denn? Arena. Uff. Keine Ahnung. Ich glaube, ich nehme den einfach mal wieder. BMW, bei mir wird irgendwie nur BMW gespielt. Naja, ja, der Skin ist eh geil. Deswegen. Ich fange jetzt hier an, Armit. So. Tim, hast du gelesen, was ich gerade geschrieben habe? Nein. Das will ich ja den Chat öffnen. Nice. Ach. Okay, warte. Was wollte ich sagen? Ja. Es ist ziemlich kacke, dass es geschlossen wird. Aber deswegen nehmen wir jetzt noch ein paar Folgen auf, damit ihr noch ein bisschen was haben könnt. Und wie schon gesagt, falls ihr nicht wollt, dass ihr Wolf stirbt, was ich auch nicht will, was... Aber, ja, also, ich glaube nicht, dass es so einen großen Impact auf die Entwickler haben wird. Aber man kann es ja mal versuchen. Die Hoffnung stirbt zuletzt, wie man so schön sagt. Deswegen könnt ihr einfach mal da drauf gehen und das Ding da signieren, dass auch eure Unterschrift oder euer... Nein, eure... Eure... Was sagt man? Ist mir egal. Dass ihr dafür abgestimmt habt. Das Ziel von dem Ding gerade ist 10.000 Leute. Wir haben gerade... Die haben gerade 9.000 irgendwas. Keine Ahnung. Vielleicht mehr. Aber mal gucken. Wir spielen übrigens Arena und ich spiele BMW. Mal gucken, ob ich es schaffe. Halte auch schon nach gefährlichen Kreaturen. Beide Seiten können im Kampf zu den Vater nutzen. Das hast du aber gleich weggekriegt. Dafür spiele ich ja was passendes. Was spielst du? Ich bin Trapper. Aber wer... Ach, Ödland-Naggie. Ja. Ja. Haben wir die irgendwie schon mal jetzt played? Weiß ich nicht. Ich habe die noch nie gespielt, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Leute, ich habe was geiles zu trinken. 16 Matches. What? Ich hoffe, die kann ich ihm versauen, Alter. Wenn ich das schaffe. Alter, das ist immer das glücklichste Gefühl von allen in New Wolf. Besser als Trowling, besser als alles. Jemanden eine riesige Killseere zu versauen. Ich glaube, da hat sich auch mal der eine Typ gefreut, der mir meine 21er-Kill-Serie versaut hat. Warum gehst du auf den? Man muss bei meiner Waffe durchgehen. Nein. Oh Gott. Was habt ihr überhaupt als Medic? Was ist das für ein Geschöpf? Roguewell? Oh, nee. Ich glaube schon. Wo ist sie hin? Deine Shitfalle, Alter. Naja, egal. Ja, ich glaube. Ich bin die Flammenwerfer, die ich erst sehen kann. Ach komm, was ist das denn? Okay. Es ist ein Enter, der von N. Mit Matt McGee ist ja eigentlich keiner. Da ist nur ein Maggie anders. Und er hat auch Flammenwerfer. Also eigentlich müsste man wir beide, nur wir beide halt, in, wie heißt es, der Modus, den ich mag, sag mal. Übermächtig. Genau. Wir beide gegeneinander, so. Wir haben auch den Mutlachen, Maggie. Kann man leider nicht. Man kann das ja nicht selbst erstellen. Ja, ja. Aber das wäre egal, weil das ist so. Ich schieße die ganze Zeit mit irgendwas Brennendem. Ähm, du beschließt aus, was Brennendem. Ja. Wo bist du? Da. Ich bin ganz hoch geblieben. Nein. Komm her. Komm, hier soll mich sein. Du bist gerade da. Warum nicht? Ja, aber... Die anderen auch. Die anderen auch. Ja. Ja. Ja, da war der Drexler-Soul. Der macht mir den Schaden halt nicht. Ja, aber der ist zu gut. Den bekomme ich erst mal nicht. Oder hab ihn erst mal nicht bekommen. Jetzt fehlt mein Arsch fest. Daisy ist ja auch noch da, Alter. Ach, die? Ja. Vielleicht ist Daisy vorliegen. Ja, Daisy. Ja, Daisy. Warte, mit deinem Flammenwerber. Wer ist denn? Ja. Hat Daisy denn gerade über so einen ganzen... So einen ganzen Block an HP abgezogen? Wäre nur neben der Standes. Warum bist du? Ach komm, die ist doch scheiße. Das war kacke ich jetzt noch ernsthaft. Ach komm. Nur wegen den zwei, ernsthaft. Nur wegen Daisy? Ja, wenn ich den Medic früher ausgeschaltet hätte, dann hätte es geklappt. Wo ist Vell? Da hinten. Die rennt immer so weit weg. Die ist doch scheiße. Und die fliegt immer die ganze Zeit. Guck mal, jetzt. Was ist denn jetzt? Was ist mit mir los? Warum bin ich so komplett langsam und scheiße? Ja. Warum reicht die scheiß Schnappzunge so weit nicht? Ach, das ist doch scheiße, Alter. Warum sind die ganzen Leute immer so gut, die mit uns in die Runden kommen? Weil jetzt nur noch die ganzen guten Spielen. Und außerdem, wahrscheinlich hast du, du hast ja das Matchbanking gemacht quasi. Du hast ja die Runde gesucht. Und dann machst du es wahrscheinlich jedes Jahr praktisch nicht so gut. Aber ich bin mit Behemoth nicht so gut. Ja, aber du bist halt nicht nur Spieler der Welt, dadurch, dass du auch mit S-Death Behemoth so gut bist. Wann, der rettet dir immer die scheiß Well. Ja, jetzt. Nein, ernsthaft. Wo ist sie hin? So eine Scheiße, Alter. Jetzt kann die sich wieder komplett hochheilen. Ja, toll. Jetzt habe ich so wenig Leben, als ob ich das noch jemals schaffe. Ja, jetzt geht es nach der biten. Ich werde nicht mehr damit. Ich werde nicht viel Leben, als ob ich das noch jemals schaffe. Ja, ich werde nicht mehr Folks beachten. Ich werde nicht mehr. Ich werde nicht mehr so wissen. Das ist mir nicht mehr so oft passiert. Aber ich werde nicht mehr so Quer видим, ich werde nicht mehr so schnell wegnehmen müssen. Und ich werde nicht mehr so gut es erreichen. Ich werde nicht mehr so schnell zurück. Guck, was ist jetzt? Ich bugge komplett. Ist komplett unfair. Guck mal, ich kann nichts machen. Ist richtig unfair. Nur wegen meinem scheiß Internet gerade. Deine blöden Harpunen fallen, Alter. Ey, ich fliege hoch. Äh, also, nee, warte. Ich springe runter, schieße erst mal gegen die Wand. So eine Scheiße, Alter. Meine erste Jägerrunde, die ich gewinne. Nee, meine erste Arena-Runde. Warum brennt mein Bildschirm unten? Keine Ahnung. Weil ihr auch? Nein. Ich hätte es aber richtig gerade noch angezündet haben, irgendwie. Ach komm, was verkacke ich denn die ganze Zeit? Naja, wahrscheinlich werden die ganzen letzten Folgen von mir immer irgendwelche verkackten Folgen, wo ich die ganze Zeit nur komplett scheiße bin, weil die ganzen Spiele immer zu gut sind. Aber ja, ich hoffe, euch hat trotzdem die Folge gefallen. Auch wenn ich die ganze Zeit abkack. Ja. Habe ich aus der Kiste bekommen? Alter, nee. Mit der gehe ich nicht in der Runde. Tschüss. So. Was? Da war wieder die drin, die gerade medic war. So, ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem gefallen. Wenn ihr ja das doch einfach mal ein Like, da ihr könntet es natürlich auch abonnieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und teilt es wieder mit euren Freunden. Obwohl, müsst ihr nicht. Ich habe eh nur die ganze Zeit abgekackt. Teilt es mit eurem Hund. Teilt es mit eurem Hund, genau. Der kann mein Leid verstehen. Und dann hätte ich auch gesagt, wir sehen uns in einem anderen Video wieder. Tschüss. Ja, lass machen. Tusch. Nie so glücklich. 停. Tusch. 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 � œc, das sind wir.